Los geht's über den Login-Button. Damit starten Sie die Anmeldung zu Ihrem ELSTER-Konto. In unserem Beispiel nutzen wir eine Zertifikatsdatei. Den Speicherort wählen wir an dieser Stelle aus. Mit dem zugehörigen Passwort loggen wir uns ein. So sieht die Startseite aus. Klicken Sie auf der linken Seite auf Formulare und Leistungen. Hier dann auf Alle Formulare, Grundsteuer und dann auf Grundsteuer für Baden-Württemberg. Lesen Sie sich bitte zunächst die allgemeinen Informationen durch. Wir haben auf dieser Seite außerdem PDF-Anleitungen einiger häufig auftretender Fallkonstellationen für Sie verlinkt. Sollte dieses allgemeine Video also nicht alle Ihre Fragen beantworten können, helfen Ihnen möglicherweise die konkreten Fallkonstellationen weiter. Klicken Sie anschließend ganz unten auf Weiter. Nun werden Sie gefragt, ob Sie Daten aus einer früheren Erklärung zur Grundsteuer übernehmen möchten. Fahren Sie hier ohne Datenübernahme fort. Sollten Sie mehrere Grundsteuererklärungen abgeben müssen, können Sie ab der zweiten Erklärung bereits eingegebene Daten automatisch übernehmen. Dann müssen Sie nur die Eintragungen anpassen, die abweichen. Auf der nächsten Seite müssen Sie die Anlagen auswählen. Der Hauptvordruck ist bereits ausgewählt. Wählen Sie zusätzlich bitte die Anlage Land- und Forstwirtschaft GW3 aus. Gegebenenfalls benötigen Sie zusätzlich die Anlage Tierbestand GW3a. Danach klicken Sie auf Weiter. Bevor es nun losgeht mit dem Ausfüllen ein wichtiger Hinweis. Zur Vereinfachung nutzen wir für die folgenden Erläuterungen statt. Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, die Abkürzung LAFO. Nun werden Sie nach Ihrem Aktenzeichen gefragt. Das können Sie dem Informationsschreiben mitnehmen, das Sie per Post von Ihrem Finanzamt erhalten haben. Die Übersichtsseite können Sie einfach überspringen. Das Feld Hauptfeststellung ist bereits ausgewählt. Wählen Sie zusätzlich Betrieb der Land- und Forstwirtschaft aus und springen Sie dann auf die nächste Seite. Tragen Sie hier die Information zur Lage Ihres Grundstücks beziehungsweise Ihres LAFO-Betriebs ein. Erstreckt sich der Betrieb über Gemeindegrenzen hinweg? Setzen Sie in Zeile 8 bitte ein Häkchen. Bitte beachten Sie, auf dieser Seite müssen Sie für die Grundsteuer A beziehungsweise die LAFO-Erklärung nichts eintragen. Die Angabe der betroffenen Flurstücke folgt erst später. In der Anlage Land- und Forstwirtschaft GW3. Nun geht es um die Eigentumsverhältnisse. Wenn Ihnen der Betrieb alleine gehört, setzen Sie die Markierung bei Alleineigentum einer natürlichen Person. Unter Angaben zu Erbengemeinschaften, Bruchteilsgemeinschaften und Gemeinschaften ohne geschäftsüblichen Namen, müssen Sie nur dann etwas eintragen, wenn der Betrieb im Eigentum einer der genannten Gemeinschaftsformen ist. Nun geht es darum, die Eigentümerinnen und Eigentümer des LAFO-Betriebs zu benennen. Für den ersten Eintrag klicken Sie bitte auf Weitere Daten hinzufügen. Füllen Sie hier bitte alle Angaben zur Person aus. Die Identifikationsnummer finden Sie auf dem Informationsschreiben, das Sie von Ihrem Finanzamt erhalten haben. Falls Ihnen die Identifikationsnummer einer Miteigentümerin oder eines Miteigentümers nicht bekannt sein sollte, können Sie dieses Feld auch freilassen. Geben Sie hier bitte an, zu welchem Anteil der Betrieb Ihnen gehört. Zum Beispiel bei Ehegatten Eben zur Hälfte, also 1-2. Oder bei Alleineigentum 1-1. Mit einem Klick auf Eintrag übernehmen fügen Sie die Person der Übersicht hinzu. Erfassen Sie weitere am LAFO-Betrieb beteiligte Personen bitte durch einen Klick auf Weitere Daten hinzufügen. Wenn Sie alle eingetragen haben, kann es weitergehen. Vergünstigungen oder gar Befreiungen kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht. In der Regel müssen Sie deshalb hier kein Häkchen setzen. Ergänzende Angaben sind üblicherweise nicht notwendig. Wenn Sie möchten, dass der Grundsteuerbescheid nicht an Sie, sondern an eine andere Person verschickt wird, können Sie die Kontaktdaten dieser Person hier eintragen. Ansonsten können Sie die Seite einfach überspringen. Diese Seite ist im Regelfall nur für Steuerberaterinnen und Steuerberater relevant. Selbst wenn Sie Angehörigen bei der Erstellung der Erklärung geholfen haben oder umgekehrt, müssen Sie hier nichts eintragen. Mit einem Klick auf Nächste Anlage geht es weiter zur Anlage Land- und Forstwirtschaft GW3. Auch hier sehen Sie zum Einstieg eine Übersicht der möglichen Angaben im folgenden Abschnitt. Hier müssen Sie alle Flurstücke erfassen, und zwar separat nach den Gemeinden, auf deren Gemarkung die Flurstücke liegen. Das heißt, besitzen Sie beispielsweise Flurstücke auf zwei unterschiedlichen Gemeindegemarkungen, müssen Sie an dieser Stelle beide Gemeinden angeben. Das geschieht über den Button Weitere Daten hinzufügen für jede Gemeinde, in der mindestens ein Flurstück liegt. An dieser Stelle ist Baden-Württemberg und die entsprechende Gemeinde auszuwählen. Erfassen Sie danach alle Flurstücke in der ausgewählten Gemeinde durch einen Klick auf Weitere Daten hinzufügen, jeweils als einzelnen Eintrag. Tragen Sie nun bitte die Daten des Flurstücks ein, also die Gemarkung, die Gemarkungsnummer sowie Flur, Zähler und Nenner des Flurstücks. Die amtliche Fläche und alle weiteren Grundstücksinformationen können Sie dem Geoportal Land- und forstwirtschaftliche Flurstücke für Zwecke der Grundsteuer entnehmen. Den Link dorthin finden Sie in der Videobeschreibung. Wenn Sie alle Daten eingetragen haben, gelangen Sie über Weitere Daten hinzufügen zum nächsten Schritt. Hier geht es nun um die Art der Nutzung. Dazu vorab ein Hinweis. Im Geoportal finden Sie unter Klassifizierung auch einen Eintrag zur Nutzungsart. In manchen Fällen stimmen die dort hinterlegten Informationen nicht mit den realen Verhältnissen überein. Sollte das bei Ihnen der Fall sein, geben Sie in Elster bitte die tatsächliche, reale Nutzungsart an, selbst wenn im Geoportal etwas anderes steht. In unserem Beispielfall wählen wir 1, landwirtschaftliche Nutzung aus. Durch einen Klick auf das blaue Fragezeichen erhalten Sie Hilfetexte zu allen Auswahlmöglichkeiten. Sie müssen nun noch die Fläche dieser Nutzung angeben. Bei den weiteren Feldern hängt ein Eintrag davon ab, welche Nutzungsart Sie ganz oben in Feld 21 eingegeben haben. Ob für Ihre Nutzungsart weitere Eintragungen notwendig sind, ist jeweils direkt unter den Feldern vermerkt. Wenn Sie für die ausgewählte Nutzungsart eine Ertragsmesszahl benötigen, diese aber nicht dem Geoportal angegeben ist, müssen Sie diese selbst berechnen. Die Formel für diese Berechnungen finden Sie in unseren FAQ. Auch diesen Link finden Sie in der Videobeschreibung. Angaben zu Steuerbefreiungen sind im Regelfall nicht notwendig. Über den Button Eintrag übernehmen geht's weiter. Möglicherweise fallen auf einem Flurstück mehrere unterschiedliche Nutzungsarten an. Sie können deshalb über Weitere Daten hinzufügen, Weitere Nutzungen eintragen. Wenn Sie alles erfasst haben, klicken Sie auf Eintrag übernehmen, um zum nächsten Schritt zu gelangen. Wenn Sie alle Flurstücke innerhalb einer Gemeinde erfasst haben, klicken Sie auch hier direkt auf den Button Eintrag übernehmen. Ansonsten nehmen Sie einen weiteren Eintrag für diese Gemeinde vor. In unserem Beispiel springen wir weiter. Da sich ein LAFO-Betrieb auf mehrere Gemeinden erstrecken kann, können Sie weitere Gemeinden Daten hinzufügen. Ist das bei Ihnen der Fall, klicken Sie bitte auf Weitere Daten hinzufügen. Wenn Sie alle Gemeinden, Flurstücke und Nutzungsarten erfasst haben, können Sie weiterspringen. Für unseren Beispielfall haben wir zu Beginn zusätzlich die Anlage GW3A Tierbestand ausgewählt. Damit geht es nun im Video weiter. Wenn Sie diese Anlage nicht ausgewählt haben, erscheint rechts unten der Button Alles prüfen. In diesem Fall können Sie dieses Videokapitel nun überspringen. Wir machen weiter mit der Anlage GW3A und erfassen den Tierbestand. Auch diese Anlage beginnt mit einer Übersicht. Diese Seite können Sie überspringen. Bitte beachten Sie, dass hier in der Anlage Tierbestand GW3A nur die selbst bewirtschafteten Flächen einzutragen sind, die unter die landwirtschaftliche Nutzung oder die Sondernutzung Hopfen oder Spargel fallen. Alle anderen Flächen dürfen Sie nicht berücksichtigen. Tragen Sie auf den folgenden Seiten und bitte die Tierarten nach dem durchschnittlichen Bestand ein. Danach ist die Anlage zum Tierbestand bereits erledigt. Auf dieser Seite sehen Sie alle von ELSE erzeugten Hinweise und Fehlermeldungen. Sofern Fehler vorliegen, korrigieren Sie diese bitte. Wenn keine Fehler vorliegen, kommen Sie mit dem Button Weiter zur Zusammenfassung Ihrer Eingaben. Checken Sie nun bitte nochmals alle Daten auf Ihre Richtigkeit. Am Ende der Seite können Sie sich alle Angaben auch ausdrucken. Über einen Klick auf Absenden schicken Sie die Erklärung elektronisch an Ihr Finanzamt. Die Grundsteuererklärung für Ihren Betrieb der Land- und Forstwirtschaft ist damit erledigt.